hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute ich bin mir mal mit der notruf hamburg aber dieses mal ist es ein tutorial warum gehst du einfach und kevin der cool ich mache gerade ein video heute ist es mal info video ihr seht schon im inventar ich habe da ein bisschen war schon auf raubtour und deswegen habe ich schon mal ein bisschen sachen vorbereitet also in dem video geht es mache ich ein tutorial er ist ein ernst kann ich kurz dabei sein ja also wir machen es mal ein video also ein tutorial video und links da als so für ausrauben halt wie man geld verdient hat sich ein zuschauer in kommentaren wünscht und das mache ich jetzt auch ok bin auf dem weg und dann können wir schon mal die es gibt vier auch hat also es gibt solch dieses risiko machen also es gibt vier arten von roi ok du doch nicht ich gehe nur kaufen der kielte nicht sofort nein ich will es ausschauen ja okay mach doch zählen mir der wird sich abkämpf ich muss nur warten bis der ding weg geht das ist keine schlaue idee jetzt zu machen also es gibt vier arten von räuber erstens der bankraub der bankraub der automatraub der kasten und den juwelier raub also ich würde sagen wir fahren jetzt mit dieser tankstelle ausfallen weil er ist ein polizist komm schon zieht durch sehr gut also die tankstelle machen wir gleich fahrer zu einer anderen warten dann fahren wir auch gleich zum anderen für automat zum automaten also ich kann es doch jetzt mal zeigen hör jetzt auf einmal fährt er weg ich kann es doch machen ich kann es doch versuchen ich versuche es lieber doch ich mache es auf risiko versuche es oh das wurde schon ausgeraubt ah das habe ich nicht gesehen ja okay dann fangen wir gleich doch zu anderen so jetzt kann ich auch mal alle zeigen wir beginnen nein mann ich brauche immer unfälle ich mach den wammeln kann so ich gebe mir ein bisschen gas ich hoffe nur dass die pulzei dann irgendwo steht ist das ein kopf? ja der haltet jemand an aber egal es sind viel mehr kopf aber egal ich versuche jetzt mal ich werde die blitz obwohl ich gleich nein nicht die schlaueste parkposition aber egal ich zeige euch jetzt erstmal den bank äh automaten drauf hier bei der parkgarage ist ein automat hier ist auch ein händler da kann man gleich einkaufen wir brauchen eine bombe und eine glock zur verteidigung ist hier irgendwo ein automat ich hoffe schon nein alles unnötig runtergelaufen obwohl da war ein ding war nicht so nötig wartet ich muss mir kurz ein energie drin reinpfeffern wo ist mein wagen? mann was will der da? ok ja das nervt mir doch nicht schnell frei stein nein warum ziehst du? nein du darfst nicht töte ihn kill ihn nein er darf nicht festnehmen nein den haue ich ein nein 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 der kann Shane im burle lassen nein 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 den Kerl hoch den bring ich um der kann mein Freundleur lassen du wirst doch verbieten nein ich habe nicht getroffen nein 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 komm herauf nein der hat es mich jetzt verhaftet ups warte, warte, lass, dann kann man nicht irgendwie anders. Mann, das ist ein kleiner Fehler gewesen. Ich wollte einfach nur meinem Freund helfen, aber egal, das passt schon. Ich verlasse jetzt auch nicht. Mann, das soll zum Gefängnis. Ich habe es nicht den ganzen Tag sein. Ich muss noch andere Sachen zeigen. Mann, wartet. Verlass kurz. Komm zum Knast. Leute, ich verlasse jetzt ganz gut. Ich weiß, das ist FFP, aber ich kann das nicht, weil ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Zeit. Wir spawnen jetzt irgendwas, das passt schon, ist kein Problem. Für drei Minuten. Sommers, nein, das kauft man nicht, das ist unnötig. Aber ich kann jetzt... Jo, wie läuft das mit deinem Game? Erstmal hallo. Ich mache gerade Video. Wie wir am zufälligen Dingstag sehen. Was hast du? Er fragt sich nach, was ich gemacht habe. Ähm, ja. Okay. Mit dem. Willst du mitmachen? Äh, ups. Da mit zu tanzen. Mitmachen. Na, ups. Mitmachen jetzt. Okay. 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 Ich mache ein Tutorial. Tutorial. Wie man Geld, Geld, ups, Geld verdient. Okay. Wir haben noch lange ein bisschen im Knast. Die haben abgegradet. Davor war das nicht hier oben. Egal, ich habe noch meinen Kekse. Die chillen da noch. Kann man sich demnächst mal hinsetzen und laden nicht. Das Einzige, was ich tun kann. Ich kann schreiben. Ich kann Wegpunkte, Hilfe laden. Ich kann zum Beispiel jetzt für 99 Robox, darf ich mit... ...zure Dings zu kaufen. Aber das brauchst du nicht. Man, das kauft sich doch keiner. Darf ich mitmachen? Bei... Wie machst du so viel Geld? Ai, du hast irgendwas mit. Wer, ich? Ich? So. Jetzt habe ich jetzt nicht mehr... ...habe mir... ...Lambo gekauft. ...Lambo gekauft. ...Lambo gekauft. Mit Roebuck. ...Nö. ...Einfach... ...Lange... ...Lange... ...Spielt. So. Nur noch 23 Sekunden. Ähm... ...Wie lange geht die Aufnahme? Achtung, wir sind gefühlt die ganze Zeit... Ähm... ...Okay, noch 14 Sekunden. Okay, er ist draußen. Ich bin jetzt auch gleich draußen. Ich warte auf dich. So, ich warte jetzt mal. Ich bin jetzt draußen. Du wolltest aus dem Gefängnis entlassen. Was? ...Lambo genießt aber nur... ...Spaß dir nicht. Dann meinst du nur auf der Köpfe der... Ja, er war zwei. Warte ganz kurz sitzen. Ich weiß. Ähm, wo ist der? Da. Ähm, wie lange noch? Warte, ich bin mein Kopf an. Kommt der noch? Schauen wir mal. Ähm, pull Zeichen 2. Wenn ich hinterher fahre, bist du einmal um die Welt... ...und ich erst. Ähm, 10 Sekunden. Ähm, okay. Was? Ähm, naja. Eigentlich nicht ganz, aber egal. Der eine ist... Ja, da ist er. Okay, jetzt. Also, wir fahren mit dem eigenen Weg. Aber die Möhre an meinem Skind ist lecker. Nice. Steig an, Kollege. Kommt er? Ja, gut. Was machen wir? Ich wollte... Ja, schon wieder ist da die Polizei. Ich kann ihr gefühlt nichts heute ausmachen. Was habe ich schon heute was ausgeraubt? Ähm. Nein, ich habe nichts ausgeraubt. Leute, egal. Also, ich versuche jetzt ganz schnell... Ich werde es nicht alles schaffen, aber ich kann jetzt erstmal... Hier, ich kann auch zeigen. Beim Automat braucht ihr nichts, außer eure Fäuse und haut dagegen. Dann könnt ihr euch das nehmen. Das fällt ihr noch so am Boden. Und das könnt ihr noch anschließend bei der Tankstelle verkaufen. Mann, warum haut der nicht? Schnell, 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 musst du weg. Portal kommt. Ähm, egal. Jetzt liegt... Nein, das ist so unfair, Alter. Schon wieder. Ja. Ja. Ehrenmann. Vielen Dank. Ehrenmann. Sein Wagen? Sein Wagen ist kaputt. Perfekt. Nee, nee, nee. Den verbrügel ich jetzt auch. Was denkt der? Der ist... Ihr Lauf? Ja. Ihr Hau... Ich darf nicht... Äh, dieses Ding... Nein, nein, nein. Ich stecke fest. Warte, Energy, 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 Energy. Schnell reinhauen. Nein, nein. Nein, nein. Du lasst schön dir in Ruhe. Komm, ist ein Kegel einer? Ja, ist jetzt blöd, gell? Und ich werde... Mach... Ja. Dann, nein. Ich bin bin nech. Danke. Das. Das du... Mich... Mich... Gei red dead. Mich... Gei red dead. Nein, 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 nein. Das ist mir nicht gefallen. Ich bring den um. Oh nein, 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 weg, 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 weg. Ich steck da fest. Ey, ich bin's. Nein, nein, nein. Ich bin's. Nein, 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 du tätest mich nicht. Ich hole mich dicht. Ja, 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 gut. Nein, 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 nein. Tätest mich nicht. Jetzt haben wir ihn. Nein, 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 du bleibst hier. Der Freundchen haut ab. Hau mir das nicht ein. Ja, ich komm jetzt. Hau ihn weg. Nein, 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 nein. Ich werde mich nicht von mir verarschen lassen. Einen Endstrunk habe ich noch. Das war die größte Verschwendung. Nein, 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 nein. Den hole ich mir noch. Egal, wir können jetzt abhauen versuchen. Das war heute keine. Jetzt, 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 jetzt bringe ich den um. Jetzt war es mit den, den hole ich mit. Was? Äh, der haut mir ja nur. Ja, der lauft halt weg von mir aus. Jo, mit Schlagschuk, er macht den. Ja, okay. Ah, warte ich muss kurz weg. Ich habe keine Ausdauer. Nein, den hole ich mir. Den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Komm schon. Ich muss mich kurz hochhören lassen. Der kann easytasen. Dumm, dumm, dumm. Sehr dumm gewesen. Den hole ich mir jetzt. Ja! So. Endlich. Lass... Video beenden. Bisschen. Beenden. Feedback, Junge. Beenden. Ich muss kurz zu Ghoulboy. Sehen wir einfach neben dir. Okay. Sagt... Ciao. Ich schau jetzt mal, wie lange er ist. Was? Boah egal. Das war's mit dem kleinen... Halbwegs langen Video. Ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.